Hallo Freunde der bunten Klembausteine, ich grüße euch aus dem sonnigen Süßen bei 30 Grad im Schatten. Boah, 30 Grad. Leute, ich habe wohl keinen Bock rauszukommen. Was machen wir da? Ganz ehrlich, ich bleibe lieber drin und brauche was Schönes. Hey, was Schönes. Von Bloopix. Aus dem Hause Morg. Techno-Modell, 1428 Teile. Uh, seht ihr mich überhaupt noch? Ich glaube, das ist zu groß, ne? Ähm, Maßstab 1 zu 14 kostet gerade mal 49,95. Ja, ja, richtig gut. 1495 Teile, äh, 1428 Teile. Und nur 49,95. Das ist mal eine Ansage. Bin mir hier echt mal gespannt. Das Modell kenne ich selber noch nicht. Also die Firma kenne ich nicht. Das Modell schon. Ist, ähm, ein Lederbissen an, ein Mod Mustang GT. Auch wenn es hier ein blaues Supercar deklariert wird. Bin mir gespannt, wie es gebaut wird. Also, ich würde sagen, ich öffne dieses Teil. Zeig. Mal gucken, was drin ist. Oh, Mann, das ist umdreht. Vielleicht der Saft. Box in einer Box. So. Karton ist leer. Und wir haben hier ganz viele Tüten. Und. Oh, ich habe einen neuen Teil. Das ist ja noch. Okay. Putzige, kleine Anleitung. Bin immer gespannt. Aufkleber. Ich glaube, ich habe nur die statische Version. Aber das kann man auch auf Power of the Reddy machen. Also, es ist wirklich, und so wie es aussieht, ist das tatsächlich im Bauschritt nur eine Teil. Und zwar in Teil 1. und Teil 2. Sind zwei Bauschritte? Ja. Dann würde ich sagen, schnappt euch einen Kaffee, abonniert das Ding und dann geht es auch schon los. Viel Spaß. Let's go. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020